Wira Hey! Welcome! Wir sind heute da mit The Groove Gangsters live! Was up, was up, was up! Hallo! Sexy wie immer! Okay, schön, dass ihr natürlich alle wieder da sind, aber diese zwei Gesichter sind glaube ich ein bisschen neu, ne? Erstmal Namen? Marion. Marion und? Sabine. Aha! Welcome to The Groove Gangsters! Schön mit drei so hübschen Männern zusammenzuarbeiten, oder nicht? Toll! Es ist super! Schon ein Part of the Family. Ja, das will ich, das will mir auch wissen, was du dir jetzt gerade gesagt hast. Nein, sie sind schon ein Part of the Family. Das ist schön. Okay, Videos kommt jetzt, ne? Ich meine, ist gekommen, Fotosession muss man machen als DJ. Wie ist das eigentlich von ganz Background, dann auf einmal ein DJ-Star zu sein und auf dem Vorgrund zu sein, natürlich zusammen mit Alamande? Ja, Desi, du müsstest das am besten wissen. Ich war nie DJ, ich weiß nichts. Aber du weißt, du weißt, wie sie ist vorne zu sein, also ein super geiles Gefühl. Ja, ne? Ego geht ganz nach oben, oder? Ja, das brauchen wir, so lange wir es noch können, bevor es zu spät ist. Genau. Okay, Alamande, um, you're, you're everywhere. Sure, I'm everywhere. We can't hear you. For sure, I'm everywhere. It's incredible. Your good-looking face is in the videos, and it's great. So, what kind of feeling is it for you, and how does your people react it? Sure, very nice. I mean, cool, cause, even my family, you know, I mean, I live now in Vienna, they don't know what I'm doing, but I mean, they see the video and they're like, man, you were doing that? I was like, yeah. Mhm. Ich hab, ich hab Alamande grad gesagt, sein Gesicht ist überall, und wie das natürlich ist, mit natürlich, dass seine, ja, dass seine Freundin und Familie das alles mitkriegen, und er findet das einfach der Bomb, oder ne? Natürlich. Ja, man. Natürlich find ich das der Bomb. Ich hab nie von Nellos Prater. Oh mein Gott. Aber der kommt natürlich aus Nellland. Okay, ein Album muss jetzt kommen, zwei Hits. Wie sieht's aus? Da oben ist schon alles fix, aber es dauert noch, bis wir das Ganze dann umsetzen können. Wir haben jetzt viel Tour vor uns, sind unterwegs, wir kommen kaum ins Studio, aber über den Sommer wird's dann schon irgendwann reich, und im Herbst kommt dann das Album. Es ist natürlich ein bisschen ein Nachteil, wenn man der Star ist, und natürlich auch produzieren muss, und alles selber machen muss, aber wie kombiniert ihr das trotzdem? Weil im Herbst, das ist nicht mehr lange. Naja, Schlafen ist gestrichen, zunächst einmal. Aber ich muss sagen, wir genießen das Leben trotzdem so wie es ist, weil wir sind jetzt zehn Jahre im Studio gestanden, jetzt wollen wir mal ein bisschen raus, wir genießen die Tour, wir haben jetzt sehr viel gesehen von der Welt, bei der Gelegenheit möchte ich gleich unsere Fans grüßen, besonders in Bremen, in Lübeck und vor allem in St. Petersburg in Russland. Denn, was ihr nicht wisst, in Russland sieht jeder Viva, wirklich, das läuft überall. Ja, überall. Die kennen mich in Russland? Ja. Hallo, hallo. Super. Das ist super. Hey, okay, jetzt natürlich weiter. Gibt's noch ein paar Tours, dass wir so in Wien können? Laufend, laufend. Also wir sind morgen in Ingolstadt, nächste Woche dann irgendwo in Kiel, also ich weiß nicht, ich weiß den Plan nicht auswendig. Aber wir sind in Deutschland immer vor Ort. Ja, ne? Irgendwo sind wir immer zu erreichen, ja. In the whole of Europe we can see Groove Gangsters. Gerne. Okay, ich bedanke mich natürlich an euch. Später, ich kann nicht warten für euch wieder zu sehen. Ah. Okay, and now we go to a video, so bye. Are you ready to Groove with the Gangsters? I'm ready, so check it out. Hier sind die dann live on Safe. Check it out. So lange ich denken kann, wollte ich schon immer Gangster werden. ado. Hier sind diebirther Erlä Chef Kurir, Wie sind die in Städte? Hier we gonna get This is the beat that makes you yeah 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020